Hallo, hier ist Dorian Rauvinas. Ich habe mal wieder ein Musikvideo vorbereitet. Demnächst werde ich drei Stück hochladen. Ne, vier. Drei Versionen von einem Lied, das ich überall liebe, und zwar Viva La Vida von Codeplay. Und eins von einem Lied, welches euch zurückgefällt, wo ich gedacht habe, ich habe Bock drauf, ich mache es einfach mal. Ja, von daher wünsche ich euch viel Spaß beim angucken, viel Spaß beim kommentieren, beim diskriminieren und vor allem auch viel Spaß beim lästern darüber. Mädels und euch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020